Moin Moin ihr Lieben! Die Gewinnspiele gehen in die nächste Runde. Ich werde das heute mal anders machen. Ich werde die Kommentare erst alle freischalten um 19.30 Uhr. Dann küre ich einen Gewinner und werde den auch bekannt geben. Und es geht also heute nicht um Schnelligkeit, nur um die Beantwortung der Frage. Die stellt Sohnemann und zwar... Welches Tierfutter besteht nur aus Blumen? Ja, das ist die Frage und ich bin gespannt wie das diesmal läuft und wir sagen Tschüss! Tschüss!